Zurück in der Produktion. Der Barbecue-Donut ist fertig. Zeit zum Abschiednehmen für Sebastian Schmidt. 160 Stück hat er bereits verkauft. Die Männer transportieren den Donut auf einem Spezialanhänger zu seinem neuen Besitzer, einem Hotel mit Seezugang. Doch nicht immer bleibt der Donut in der Nähe seiner Geburtsstätte, denn das Spaßboot schwimmt auch auf offenem Meer. In Spanien oder Portugal und selbst in Dubai am Persischen Golf kann man grillend übers Wasser schippern.